Wir von der Smart Factory sind 2019 gestartet mit der Vision nach einer resilienten, nachhaltigen und vor allem zukunftsorientierten, unternehmensübergreifenden Produktion. Das Ganze hat sich bei uns manifestiert in der Shared Production Kaiserslautern, in dem wir eben ein Produktionsnetzwerk aufgebaut haben, in dem wir die Daten und die Services teilen. Wir haben uns die Fragen gestellt, wie müssen wir die Maschinen und die Maschinenfähigkeiten beschreiben? Wie können wir daraus Business Services machen, um diese nutzen und anbieten zu können? Und wie müssen wir das Unternehmen selbst beschreiben, um authentifiziert im Datenraum zu werden? Dabei ist unser Fokus vor allem das Ganze nicht des Selbstzwecks wegen zu machen, sondern wirklich die Produktion zu optimieren.